freundete fotografie und herzlich willkommen zu einem weiteren quick and dirty inspo video von meiner seite und falls du die serie auf einem kanal noch nicht kennen sollte es ganz einfach ganz grob hier erklärt kriegen die bedeutet einfach grob und schnell zusammen geschustert von meiner seite hier und ins buch steht für inspiration für dich das heißt im klartext wird jetzt hier innerhalb von zwei minuten eine kreative idee darstellen die du natürlich sofort nachmachen kannst also fackeln wir nicht lang legen wir gleich mal los hier oben siehst du meine ganzen materialien und darunter natürlich meine kameraeinstellung du siehst kein hexenwerk und mein haupt item ist jetzt hier diese schöne styroporplatte die ich jetzt in einem paket drinne hatte und ich finde das ist ein richtig cooles material weil noch mit der stärke zwei zentimeter hier damit kann man richtig schöne sachen machen das heißt einerseits ist das material ist hier noch nicht durchlässig und andererseits kann ich jetzt hier ganz einfach ein stückchen abbrechen und kann damit jetzt hier eine schöne kante formen oder habe jetzt hier ein paar kleine stücke die ich jetzt schön in szene setzen kann und das ist ja auch meine bild idee also wie gesagt sehr einfach dann falls es dich interessiert ich habe schon ein komplettes tutorial über verpackungsmüll gemacht ich verlinke es dir mal hier oben irgendwo in der infobox und das würde ich sagen schauen wir uns mal meine ergebnisse an und wir sehen uns in meinem nächsten video bis dahin ciao so 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020